Das Riesenrad am Zentro Oberhausen hat seine Fahrt aufgenommen. Das Sky Lounge Wheel befördert seine Fahrgäste ab sofort in luftige Höhen und ermöglicht so einen beeindruckenden Ausblick über das Zentro und weite Teile Oberhausens. Wir stehen am Zentro Oberhausen von heute bis zum 5. Januar täglich ab 11 Uhr, bis zum Weihnachtsmarkt bis 20 Uhr und ab dem Weihnachtsmarkt bis 22 Uhr. Der Fahrpreis ist 7,50 Euro für Erwachsene, 5 Euro für Kinder, Kinder bis drei Jahren haben den Eintritt frei. Eine Fahrt dauert 10 bis 12 Minuten und es werden immer vier Runden gefahren. Vor der kalten Höhenluft müssen sich Fahrgäste übrigens nicht fürchten, denn die Gondeln sind beheizt.